unser nächster pick ist frank boja von zulte waren geben aus der belgischen liga und ich würde den jungen jetzt einfach mal als gamble bezeichnen deswegen wir müssen uns mal hier anschauen die vergangenheit maximal ersatz spieler gewesen hat dann aber schon ganz gut eingeschlagen und auch seine 90 minuten spielen dürfen und ja jetzt ist es halt so dass er jetzt dann doch wieder würde ich sagen raus rotiert aber mal ein dnp drin hatten neun minuten gespielt hat und ja also der wie wir sehen er kann auch wirklich gut abliefern und selbst wenn er jetzt keine decisive drin hat kann er auch all around wie wir hier sehen ganz gut punkten im bereich 44 bis 56 sowas das ist schon ordentlich ja ich würde jetzt nicht sagen dass er günstig ist aber wenn wir uns das anschauen was er zum ende der hinrunde noch geliefert hat oder in der hinrunde dann ja wenn er da anknüpfen kann dann ist er definitiv aktuell unterbewertet aber natürlich immer das risiko dass der wieder auf der bank verschwindet würde ich mal behaupten und mit solchen 20 30er scores weitermacht